Und wunderschöne Guten, heute sind wir dann bei einem neuen Board Game Day am Inket Geek Luxemburg Tattoo, früher 13.Ink. Und heute haben wir, oder den Tag, haben wir eben ein Weltinnergangsspiel gespielt, so bei dem anderen Spiel sind wir nicht gekommen, weil es tut relativ lange gedauert, tut aber mega Spaß gemacht. Ja, schlussendlich finden wir das, wenn wir die Mittel nicht verkackt hätten, hätten wir tatsächlich keine gewonnen. Und dann sind die zwei Herren Merci, die natürlich auch die Spieler Mad Breton haben. Der C ist dann ein, wo wir auch durchspielen, genau den hat auch bei der Luxcon, auch die Spieler Mad Breton, für zu verkaufen. Und auch natürlich im Geschäft selber, sonst auch Merci dem Inket Geeks Luxemburg Tattoo, dass wir eben im Moment dürfen, dann auch durchspielen. Das ist immer regelmäßig, eben im Moment einfach. Mal, ähm, die Facebook-Seite, mal ein paar drüben gucken und dann abonnieren. Und dann sehen wir auch natürlich immer, wann wir einen neuen Tag haben, was immer cooler ist. Die nächste, in englisch, ist, ähm, drei Wochen, für um, ähm, das ist leider falsch, so ein Comic Book Day, den Englischen und Donutenden, nicht nicht, auch ein Mensch. Jo, an zum Spiel. Das ist einfach relativ einfach erklärt. Wir haben, ähm, wieder um das Spielfeld zu gesehen, die Freuen hat dann einen Charakter. Man hat speziell Fisch geht dann, dann dementsprechend muss ich würfeln. Auch gucken, da sind dann dementsprechend immer, ähm, ein helles Wurf. Zum Beispiel 5 oder 6 weit gewischt, dann wird es höchste gewischt. dann konnte dementsprechend die Aktion positiv oder negativ, negativ, da hatte ich eine Chance eben Römeinkeia eben trotzdem dann zu gewinnen ohne dass wir lieben oder Brain verloren respektive Psyche, Psyche, das war wirklich mega cool gewischt und ich mag nicht schon den Rekord gestallt, ich mag nicht schon ob man ist, 4 oder 5 Charaktere im Boot, das war ein Charakter eben gestorben, das konnten wir uns hineinholen, wir müssen gucken, dass wir das Portale hinzumachen und Monster besiegen, also relativ einfach, klingt einfach, das war aber nicht so gewischt und wir müssen dann, wenn der Lob da rein zur Seite guckt, du hast dann ein Account auf den Hof geht bis ganz innen hinter und wenn den Lob ganz innen war, was man natürlich geschafft hat, was schlecht war, als den Hauptmonster kommen und das ist wie ein Durchgang mit der Zeit für alles durchzukriegen, dann sind da so Quarte gewischt, dann, ähm, wenn die Leche Quarte gezogen hat, dann war es das Spiel auch rüber, wir sind bis bei die Leche Quarte gekommen, wir sind kurz wieder gestorben und wir haben doch damit die Kante gewandelt, das nicht gesehen. Und was das cool von tun, da, ähm, bei Rapport zum ersten, ähm, Spielebrettach, wo wir da hatten, waren das ja auch nach, ähm, einer Leute beikommen, der T-Shot waren auch dann, zu frem geworden, die mit uns gespielt haben, ähm, teilweise aus der Region, teilweise ein bisschen, wie weit du weißt, es war cool gewesen, dass wir eben alles konnten, so, ähm, ich weiß nicht, zu amüsieren, ich fand das cool, wenn ich einfach in den Shop kann gehen, und da geht ich hin und da spielt ich einfach mit der Welt für immer Leute, ähm, was geht hier, was geht besseres, bei dem Spiel, da kann ich dem anderen helfen, und schlussendlich, das ist natürlich auch das Ziel, bei dem, wie wir da sind, eben, ähm, die Leute mir nur bringt, mit zusammenbringt, da sehen, ob jemand den anderen durch kann, und nicht eben für sich allein, und das hat wirklich eine mega genial Idee gewischt, über so etwas immer regelmäßig zu organisieren, ich fand das cool, so gut, äh, unser, äh, guten, äh, lieber Kollege Stesem von, äh, Geeks live in Luxemburg, der war auch da gewischt, hat auch zwei oder drei Fotos gemacht, die gesagt, zum Schluss, nein, kann ja, merke es auch kommen, was, äh, und, ähm, die Spieler, wo, wo immer rumkommen, die sind genial, ich bin gespannt, wer hat das nächste gemacht, wer ja könnt, kurz schon einen kleinen Ableck, was, kennt kommen oder was kennt, lust erst, überraschend, ich hoffe, dass es da, auch dann, da hinne kommt, ähm, ähm, das ist nämlich, das, das Fun gewesen, das Spaß gewesen, das cool gewesen, war lange, war lange gegangen, aber, es lohnt sich tatsächlich, schlussendlich. Und zu dem, änder Spiel, wo ich jetzt, ein bisschen, kurz, gefilbt habe, wo, vessel auch nicht ganz fest, oder wenige, kann schon, über Licht austauschen, wenn ich eben zur höheren habe, er hat, ähm, in das Haus gegangen, ähm, das Leitöte müssen umbringen, und anscheinend wird Haus gewonnen, obwohl das Haus noch relativ, großzügig ist, Ich glaube er hat lassen wir mal so sein, aber nicht 300-200% durchgesetzt wird Aber anscheinend ist es doch amüsiert Hier das Spiel hat anscheinend mehr lange sollte dauern wie Eis Aber es ist ja ein bisschen mehr lange, wie... Ähm... Ja, was soll ich danach dazu suchen, außer... Tut mir Spass gemacht, da kannst du eben zu filmen Obwohl da auch schluss damit berührt, aber am Schnelldurchschlaf gesit Eben, an den Tagsjau nachsit Ich habe auch nicht alles gefilmt, weil doch ein bisschen lang genug Aber schlussendlich... Wir hatten... Was weiß ich... 5, 6... Haben wir seit 6 Stunden gespielt, oder? 5 Stunden... Tut mir das war elendig lang Und wir haben das Spiel noch mehr entfernt, und wir haben das Spiel kommt entfernt zu sehen Und das ist das Beste Und dann... ähm... So nicht, ich möchte, dass ihr geguckt habt Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Board Game Day rum Mit... ähm... all unseren allen Bekannten Dann... ähm... Vergiss nicht die Facebook-Seite von... ähm... Vom Veranstalter zu gucken, an respektive auch nach Geeks Live Luxemburg Ich möchte euch so noch nach gut, akustulisch an mich sehen Von mir, Tschüssikowski Have a nice day Om... ähm... J'si Loraus ín ... And I will do everything I could To relive this time again and again